Miau! Hallo ihr Lieben! Kleine Ankündigung zu Harry Potter 4, dem schlimmsten Spiel, das ich bisher auf meinem Kanal hatte. Ja, Harry Potter macht ein kleines Polster. Und zwar habe ich in zwei Wochen meine praktische Yoga-Prüfung und habe vorher auch noch mal ein Wochenend-Seminar fürs Yoga und muss geschäftlich noch mal ein bisschen reisen, weil wir das Lehrwerk kriegen. Dazu muss ich dann auch noch ein bisschen was vorbereiten, vortragmäßig. Also, in allem, was passiert denn jetzt? Ja, also ich habe einfach extrem viel zu tun und da sind vier Projekte ein bisschen sportlich. Wir können uns jetzt diesen wundervollen Trailer angucken, ist auch eine wundervoll scharf, ja. Genau, und da schaffe ich vier Projekte einfach nicht. Und ich meine, klar ist es nur im Wochenendprojekt in Anführungsstrichen, aber es ist auch natürlich mein absolutdestes Projekt in The Mansion. Dieses Wochenende startet ja Little Nightmares of the Deaths und ich sage euch, das nehme ich auch nicht gerne aus, also nur weil ich es sehr grüßlich und unergiebig fühle, den ersten Mal in KZ haben wir schon aufgenommen. Und Evo und Bin würde ich am liebsten im Moment den ganzen Tag nur aufnehmen. Und Deponia ist auch einfach eine kleine Sache. Deswegen fällt mir die Entscheidung ziemlich leicht, für das Erste Harry Potter zu kicken. Ich schätze mal, oh Gott, was da doch also nichts dazu kommt, das sehe ich jetzt erstmal. Ich schätze mal, dass, wenn meine Prüfung fertig ist, dass wir dann weiter machen, einfach die Vollständigkeit halber, weil ich ja die nächsten Spiele trotzdem auch noch machen möchte. Es sei denn, es ist soweit und ich habe absolut überhaupt noch so gar keine Lust. Aber das sehen wir dann. Ups, dann ist noch ein bisschen Zeit. Ich schätze mal, ihr versteht meine Entscheidung. Das Spiel ist einfach kacke und ich habe gerade keine Lust, hier viel Zeit zu verwenden. Okay. Aber nichtsdestotrotz habt ihr genug andere Sachen zu gucken. Es lohnt sich auch, also schaltet gerne bei was anderem ein und wir sehen uns sicherlich bald wieder hier in Hogwarts. Genießt noch euren Feiertag heute, falls ihr einen habt. Und ich sage bis bald. Tschüss.